Und jetzt gibt's ordentlich was auf die Ohren. Mit ihren Songs über Videospiele, Feminismus und Black Power erspielt sich die New Yorkerin Princess Nokia Millionen Klicks auf den Streaming-Plattformen dieser Welt und ausverkaufte Club-Shows. Nach Cyberpop, afrofuturistischen Sounds und klassischem Soul ist sie jetzt beim Hip-Hop gelandet. Und auch sonst passt ihr musikalischer Kosmos in keine Plattenkiste. Wir versuchen es trotzdem mal. Das ist Bikini Kill, meine verdammte Bibel. Kathleen Hanna und die ganze Riot-Girl-Bewegung haben mein Leben verändert. Ich spiele Rebel Girl vor all meinen Konzerten. Ich bin mit starken feministischen Frauen groß geworden, die mir beigebracht haben, immer Respekt und Gleichbehandlung einzufordern. Und später habe ich dann als Teenager Feminismus und Riot-Girl entdeckt. Die ganze Idee dahinter hat mich sofort gepackt. Frauen, die gemeinsam moschen, gemeinsame Freiräume schaffen. Ich dachte mir, eines Tages will ich selber auf der Bühne stehen und der Moshpit soll den Frauen gehören. Und wenn du das mit meinem Hip-Hop-Hintergrund kombinierst, macht das total Sinn. Ich bringe Feminismus in den Hip-Hop. Und ich bringe Feminismus in den Hip-Hop. Und es macht einfach Sinn. Und nicht nur in den Hip-Hop. Wenn Princess Nokia nicht gerade auf der Bühne steht, veranstaltet sie mit ihrem Kollektiv Smart Girl Club feministische Vorträge und Workshops. Angebote von Major Labels lehnt sie bis heute konsequent ab und bietet ihre Musik lieber kostenlos im Netz an. Was will ich denn im Musikfernsehen? Die Leute dort wollen so sein wie ich. Die Leute mit einem Plattenvertrag wären gerne wie ich. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Ich muss vor niemandem Rechenschaft ablegen. Es geht mir nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ich habe auch nicht den Anspruch, die beste Rapperin zu sein. Bin ich auch nicht. Ich bin vielleicht nicht die derbste Braut da draußen. Aber ich bin ne verdammt Krasse. Ich habe erst angefangen. Das Beste kommt noch. Also nein, verlieren ist keine Option. Guck auf mein Bankkonto, Schätzchen. Niemals. Look at my Bank-Account. No. Never. Ey, nenn mich nicht Schätzchen, Schätzchen. Jetzt live bei Trex. Princess Nokia. Ja. Schätzchen, Schätzchen, Schätzchen. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby, fast. I'll be with the ladies then. Who know how to shake it fast? We don't spit that crazy trap. You don't bet, I'll take it back. I'm spitting the illness back. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Und natürlich mehr Interactive Fashion gibt's bei uns online und auf der Trex-App. Bis dahin. Who that out in the door? Dennis Rodman, the court.